Hückelhofen, Silvia Wollny, 59, ist nach ihrer schockierenden Diagnose in ihre nordrhein-westfälische Heimat zurückgekehrt. Beim Wiedersehen mit ihrer Familie fließen Tränen, hinter der 59-jährigen Elffachmama liegen einige beschwerliche Monate. Ihre Gesundheit machte Silvia in diesem Jahr einen gehörigen Strich durch ihr rastloses Dasein. Wichtige Termine fielen ins Wasser, und die Schmerzen wurden irgendwann unerträglich. In eine Klinik wollte die ehemalige Promi Big Brother Siegerin zwar nie, doch ihre Töchter sahen keinen anderen Ausweg. Etliche Untersuchungen später herrschte letztlich Gewissheit, was die Ursache für ihre extremen Kopfschmerzen ist. Es wurde festgestellt, dass ich einen Gehirnschlag hatte, offenbarte Silvia im Rahmen von die Wollnys im Beisein einiger Familienmitglieder. Fliegen darf ich jetzt auf keinen Fall, da noch keine Werte da sind. In der aktuellen Folge bekam die 18-fache Großmutter nun grünes Licht von den Ärzten, um in den nächsten Vogelgehen Heimat zu steigen. Der Druck ist schon da im Kopf, aber er hat sich nicht verschlimmert, erklärte Silvia nach ihrer Ankunft in Düsseldorf sichtlich erleichtert. Ergänzend fügte sie noch hinzu, am Anfang hatte ich schon Angst, als wir hochgingen, eben aus gesundheitlichen Gründen. Aber es ist alles gut gegangen. Anschließend ging es weiter nach Rathheim, wo eine Riesenüberraschung auf die Matriarchin wartete. Große Freude Silvia Wollny kann den dritten Geburtstag der Zwillinge miterleben, während sich Silvia hoch oben über den Wolken Gedanken um ihre Gesundheit machte, nutzten einige andere Familienmitglieder auf dem Erdboden die Zeit, um im großen Wohnzimmer ihres Eigenheims eine Willkommenspartie vorzubereiten. Neben Blumen gab es auch ein großes Banner. Als Silvia dann den Raum enterte, dauerte es nicht lange, und alle lagen sich weinend in den Armen. Gefühlt schien in diesem Moment die gesamte Last der letzten Monate von den TV-Stars abzufallen. Vor allem Tochter Sarafina, 29, freute sich, dass ihre beiden Zwillinge Emory und Kasai zu ihrem anstehenden dritten Geburtstag ihre geliebte Oma wieder in die Arme schließen konnten. Auch wenn vordergründig wieder alles im Lot ist, so wird sich Silvia laut Aussage der türkischen Mediziner dennoch weiter schonen müssen, um ihre Gesundheit nicht aufs Spiel zu setzen. Doch wo könnte sich die 59-Jährige besser erholen als im Kreise ihrer Liebsten? Wie es mit der Löwen-Mama weitergeht, werden erst die nächsten Folgen von Die Wollnis, eine schrecklich große Familie verraten. Die Sendung gibt's immer mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL ZWI zu sehen, oder schon vorab auf RTL Plus. Die Sendung gibt's immer mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL Plus. 10.15 Uhr bei RTL Plus. Vielen Dank.